Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und zwar heute zum Ankündigungsvideo für den Community Server und zwar wird das Ende starten, ich habe es ja vor einem Jahr schon angekündigt, der Community Server wird starten und zwar diesen Sonntag um 18 Uhr wird der ganze Server online gehen, ich werde das Ganze auch streamen und so, ich werde dann euch weitlisten und so weiter und mitmachen kann auf jeden Fall jeder der diesen Kanal abonniert hat und der ganze Server wird auch wieder gesponsert vom Serverteam von WooGames.net auf jeden Fall wieder ein riesen Dankeschön an euch dafür, dass ihr mir den Server zur Verfügung stellt und ja das Ganze ist dieses Mal ein bisschen anders da, also wir haben es jetzt so gemacht, damit ihr nicht immer eine extra IP für jedes Community Event von mir braucht und so werden wir das Ganze jetzt so machen und zwar müsst ihr einfach auf WooGames.net gehen das ist quasi das Serverteam, wo mir auch den Server zur Verfügung stellt und ja und hier links vom Spawn, beziehungsweise könnt ihr auch über den Kompass einfach zu Events gehen gibt es hier die Events und da gibt es hier oben das Schild mit aktuell noch Minecraft aber das wird noch ersetzt durch Lazarus, der Community Server wird dann da drauf stehen und darüber könnt ihr dann auf meinen Community Server join und dann seid ihr hier auch schon am Spawn von meinem Community Server also der Spawn ist einfach das Grundstück oder der Plot von Steven und Schokoriegel aus dem Community Event und ich fand halt, das hat am besten irgendwie zu der Karte hier gepasst und deshalb haben wir das jetzt als Spawn ausgewählt und ja Leute, der ganze Server wird auf jeden Fall in der 1.15.2 stattfinden also fast die neueste Version mich würde es auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr euch alle hier auf dieser riesen Insel niederlasst also da gibt es auf jeden Fall viele geile Grundstücke wie zum Beispiel hier, da ist noch eins hier auf diesen Halbinseln hier am Wasser kann man immer geil hinbauen und so würde mich auch mega freuen, wenn ihr hier in der Nähe auf jeden Fall bleibt und ja, es gibt auf jeden Fall viele Funktionen, die ihr auf diesem Server nutzen könnt nämlich könnt ihr euer Grundstück claimen wenn ihr spawnt, kriegt ihr eine Goldschaufel und ich kann das mal ganz kurz vormachen also ihr müsst dann einfach hergehen dann könnt ihr hier Rechtsklick machen dann habt ihr Position 1 dann macht ihr hier drüben nochmal Rechtsklick dann habt ihr Position 2 und dann ist dieser Bereich hier zwischen den Goldblöcken ist euer Grundstück da kann keiner abbauen, keiner die Truhen öffnen da geht gar nichts betten oder so, benutzen geht auch nicht wenn ihr die Schaufel aus der Hand nehmt, geht nach einer Weile, gehen dann die Goldblöcke weg ihr könnt euren Claim auch wieder rückgängig machen mit Slash Unclaim und ja, und wenn ihr mit jemandem zusammenbauen wollt könnt ihr auch einfach Slash Trust machen und dann halt den Namen von dem, der mitspielen soll ihr könnt dann auch zusammenbauen der hat dann quasi sämtliche Rechte auf eurem Grundstück so wie wenn es euer eigenes wäre standardmäßig bekommt man, wenn man auf dem Server joint erstmal 1000 Blöcke, die man claimen kann das ist schon ein relativ großer Bereich, muss ich sagen also das ist jetzt gerade, was ich geclaimt hatte, waren so um die 100 Blöcke glaube ich sowas, also das wäre dann quasi das 10-fache davon und dann bekommt man pro Stunde, die man auf dem Server spielt kann man dann 250 Blöcke mehr claimen also habt ihr dann nach 4 Stunden habt ihr schon das Doppelte an Blöcken, die ihr claimen könnt also ihr könnt auf jeden Fall riesen Grundstücke auch bauen und ihr könnt ja, wenn ihr mit einer zusammenbaut hat ja jeder 1000 und so da könnt ihr ihn dann auch verbinden und so indem ihr euch gegenseitig trustet und so in der Videobeschreibung gibt es nochmal einen Link zum Forum von woogames.net da gibt es eine Liste mit den ganzen Befehlen, die ihr auf jeden Fall nutzen könnt bei einem Plugin das Server Team hat auch, was ich übelst krass finde teilweise Plugins extra programmiert Befehle und so teilweise ein bisschen umgeschrieben teilweise auch übernommen also ich finde, das haben die auf jeden Fall richtig krass gemacht und ja, auf jeden Fall könnt ihr dann hier eure Grundstücke bauen wir werden auch über das ganze Projekt hin werden wir Events veranstalten also es wird zum Beispiel das Ender Dragon Event geben dafür habe ich heute schon was vorbereitet das habe ich vorhin erst gemacht und zwar ist das ganze so ein kleines Secret ich werde jetzt auch nicht sagen, wo wir uns genau befinden nämlich gibt es hier unten den Endraum ich habe selber einen gebaut ich finde, der ist auch ganz nice geworden dafür, dass ich den mal schnell in einer halben Stunde hingezimmert habe und ja, hier wird zum Beispiel dann das Ender Dragon Event stattfinden wir werden hier über dieses Portal das End ist aktuell noch blockiert also ihr könnt nicht ins End deshalb funktioniert auch das Portal hier noch nicht und zwar werden wir dann den Kampf gegen den Ender Dragon alle zusammen machen und wir haben das ganze auch so gemacht es ist einfach eine ganz normale Minecraft Welt generiert worden hier könnt ihr ganz normal überall, wo nicht geclaimt ist, farmen also wir haben auch keine extra Farm Welt gemacht oder so Neter ist schon ab Tag 1 offen das End haben wir jetzt erstmal blockiert als Event dann hoffe ich auf jeden Fall, euch hat das heutige Video wieder gefallen wenn ihr euch sehr politisch Feedback freuen schreibt gerne mal in die Kommentare wenn ihr Bock habt, bei diesem Event dabei zu sein dann kann ich euch auch schon weitlisten und so weiter das ganze wird dann Sonntag um 18 Uhr wie gesagt losgehen wenn euch das Video gefallen hat, würde mich sehr politisch Feedback freuen lasst ein Like und ein Kommentar da und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder Ciao